Moment, eine Menge? Ja, Steinmesser. So. So, das wäre das. Was brauchen wir noch, außer natürlich immer jede Menge Steinmesser? Ich gucke mal ganz schnell, wie viel die Steinmesser, wie viel hatten wir da drin? Eine Menge. Wie viel die jetzt verbraucht haben? Nee, nee, das ist nicht wahr. So, Steine. Stöcke und Steine. Erstmal so knapp schlappen. Steine haben wir, glaube ich, noch genug. Stöcke und Steine haben wir, glaube ich, noch genug. So. Da, 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 da. Ich finde es absolut unglaublich. Zack. Das sollte jetzt reichen, bevor es hier wieder... Ja, da hat es schon angezeigt. Es ist toll. Ja, mach weiter. Ganz kurz mal gucken, was macht der? Ja, Fleisch. Richtig. Ah, mir kann den auch Pelz. Ja, es ist aber noch nicht, bis wir die Leinenproduktion wirklich auf Vordermann haben. Mal gucken, was haben wir denn im Inventar, was was mit Leinen zu tun hat? Stroh ist es nicht. Ich muss ganz kurz mal weg vom Mikrofon, weil die kranke Katze kommt zum Kuscheln. Oh, ist das toll. Der wird langsam wieder fit. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen, weil der hat das immer öfter. Und, ja. Er kommt jetzt kuscheln. Und das ist das erste Mal seit drei Tagen, wo er das wieder macht. Das hat er sonst jeden Tag gemacht. Deswegen bin ich gerade ein bisschen, ein bisschen verzaubert. Nicht böse sein. Das fange ich schon irgendwie krank an. Nicht böse sein. Mir ist doch niemand böse. So. Strohstock. Ne, da ist es nicht. Da wäre es aber dabei. Haferkorn. Wo habe ich denn... Ja, Münze. Münze ist viel, aber so. Ja, da brauche ich nicht mehr. Ne, wir haben wirklich nichts mehr, was damit zu tun hat. Fischsperr haben wir hier auch keinen. Ne, alles gut. Er kommt zu mir. Schön. Schön. Das ist so ein bisschen Dankeschön, habe ich das Gefühl dafür, dass ich mich, als es ihm nicht gut ging, so gut gekümmert habe. Das ist schön. Sowas freut mich immer. So. Was wollte ich gucken? Ich wollte gucken, wie weit ich jetzt mit Dingens bin. Hat euch jetzt sehr viel geholfen, ne? So. Ich wollte gucken. Das geht langsam. So. Was könnten wir noch schauen? Weil das ist erst mal gut. Was könnte ich schauen? Ton. Ton, Ton. Nach Ton, beziehungsweise Ton, Ton. Ne, Ton ist es. Haben wir wieder Ton? Ah. Das geht sehr stückweit. So. Und da ist der Leinsamt. Der ist wichtig. Na. Hat er jetzt schon? Ne, noch nicht. So. Ach, Kräuter. Mann. Ja. Ich wollte mir vielleicht noch ein paar Kräutersachen kaufen. Ja, die macht. Oh, super. Die macht. Also nicht die macht, sondern die, ne? Die macht. Ah, ich muss ganz kurz was gucken. Warte mal. Äh. Drei ist Säckchen. Wann ist denn Leinsamen? Frühling zum Sommer. Ja, das haben wir ja jetzt erst geerntet. Boah. Das ist ja blöd. Gut. Leinsamen müssen wir nächstes Mal deutlich mehr machen. Hm. Ja. Sommer ist in der Sache wirklich ein bisschen doof. So. Wir bauen uns jetzt noch mal ein bisschen Tonbewurf. Ja. Einmal. Ist egal. Muss alles so sein. Aber dann sind wir mit diesem, ähm... Mit dieser Jahreszeit auch wirklich fertig. Und haben eine Menge gemacht. Was macht eigentlich die Düngerverarbeitung? Erstmal hier guckt. Das hat auf jeden Fall gereicht. Und... Und wir gehen ja in die Produktion. Das ist gut. So, ähm... Ja, genau. Ja, ich gebe es zu. Es ist... Nicht viel. Ich glaube, die Dinger brauchen vier. Dann mache ich da oben beide weg. Dann haben wir es genau. Kommen wir mal von innen. So, und das Ding braucht jeweils acht, ne? Acht, acht, sechs. Ach, da waren schon welche dran. Gut. Es ist schon eine Menge. So. Brauchen wir noch Mitarbeiter? Wenn die fertig ist... Und das ist sie jetzt gleich. Ja, die ist fertig. Da müssen wir jetzt ganz kurz mal gucken. Ne, die ist einfach nur fertig. Die macht sonst nichts mehr. Oder könnte die irgendwas machen? Hm. Fischerhütte? Gucken wir mal schnell mal, was machen die eigentlich? Die brauchen auch Messer, oder? Warte mal, Fischfilet getrocknet ist? Sollen wir es einfach mal trocknen lassen? Ich verstehe. Weißt du was? Machen wir doch gerade mal. Lassen wir die doch einfach mal das Fischfilet trocknen. Dann hält das länger und ist, glaube ich, auch ein bisschen mehr wert. Und es dürfen gerne ein paar mehr sein, also fangen, oder? Ne, es sind ein paar weniger. Egal. Machen wir jetzt so. Schmiede. Was fehlt denn der Schmiede? Kein Material. Was fehlt denn? Ich weiß es. Ich weiß es. Die Stöcke. Wir haben die Stöcke komplett verdingst. Ich gebe es zu. Das war mein Fehler. Oh. Die Tollkirche wollte ich nicht, aber egal. Jetzt sind wir wieder nicht zum Ding zu kommen. Stöcke. Stöcke. Naja, vielleicht auch hier, dann ist es nicht ganz so. Na, so. Okay. Schauen wir mal gucken, wie viele Messer haben die jetzt? Steinmesser, acht Erzten. So. Stein. Er axt. Steinmesser. Stein Spitzhacker. Es ist ja alles da. Ist alles nicht schlimm. So. Nochmal gucken. Ja, es ist nur der Brunnen. Weil da einfach niemand ist. Was aber auch nicht nötig ist, weil... ...wir immer genug Wasser haben. Und die Wasserträger grundsätzlich... Ja, guck mal hier. Da. Ist alles da. So. Fischfilet. Und schon wieder so viel frei. Haben wir? Haben wir... Haben wir. Komm. Was war denn das mit der Zwiebel? Wir müssen das ungefähr gleich... Was... Zwiebel? Ne, was haben wir denn? Was haben wir denn? Ich bin ein bisschen... Zack. Äh, wir haben noch genug Kohl. Gut, okay. Gut. Dann... Bringen wir... Die Küche wieder ein bisschen voran. Ah, hallo Angry German. Ja. Die kriegen eine Menge Gutes. Aber das meiste verkaufe ich tatsächlich. Weil... Die gar nicht so viel brauchen. Nur Kessel. So. Suppe. Äh, Kohl. Aha. Ja, komm. Die kriegen so die Grundzutaten. Das macht satt. Und mit dem Rest von dem Zeugs, was ich hier koche. Ähm, genau. Ne, also bei mir eigentlich hauptsächlich auch, ja. Ich glaube, die kriegen jetzt auch ein bisschen Trockenfisch. Weil irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich das richtig sehe. Aber Fisch. Fleisch mit Soße. Das war das, ne? Da brauchen wir gebratenes Fleisch für... Genau. Ist auch nicht so wichtig, ne. Rührei. Ne, aber für Fisch gibt's doch eigentlich nur... Entweder getrockneter Fisch oder... Hier am Grillrost. Ja, nimm das Fleisch mal weg. Genau. Du grillst eh kein Fleisch. Hier. Frischfilet. Gesalzen. Gebraten. Fischfilet. Gebratenes Fischfilet. Gesalzenes. Was? Nichts. Geht nicht. Ja, gut. Kohl ist dann... Ja, genau. Ja, ich meine für das zweite Frühstück. Kartoffeln gibt's hier noch gar nicht. Nicht mittelalter waren Kartoffeln noch nicht. So. Ja. Das heißt also, den Fisch... Den werde ich jetzt einfach mal trocknen lassen. So. Ähm, ja. Da geht's noch nicht weiter. Aber Kohl ist schon... Ja, Kohl ist schon das Ding. Ich glaub, die essen auch... Aber gut, dass du fragst. Warte mal. Verwaltung. Äh, da. Ja, die Priorität ist völlig egal. Das hab ich ja alles nicht. Äh, ich hab die Kohlsuppe ausgegraut. Die dürfen sie nicht essen. Ja, Kohl dürfen die essen. Karotten dürfen die essen. Zwiebeln dürfen die essen. Das Fischfilet dürfen sie essen. Da hab ich ja 38 eingelagert. Nee, ich muss die kochen. Ähm. Gibt's getrocknetes Fischfilet? Hier, warte mal. Schon wieder so viel Fleisch übrig. Unglaublich. Lustig, ja, ja. Genau. Und ich hab's ja jetzt wunderschön mit Tonbewurf isoliert. Äh, das heißt also, der Geruch bleibt auch eine Zeit lang. Ne, also isoliert ja nicht nur gegen, äh, Temperatur. So, äh, Zwiebeln. Hm. Zwiebeln. Quatsch, Fischfilet. Ich muss mal gucken. Können die alles? Kann ich das gerade im Moment machen? Können die alles machen im Moment? Brunnen ist nicht besetzt. Ja, ja. Du kannst hier einfach sagen, das hab ich jetzt, weil die Kohlsuppe ist meine Haupt, äh, genau, den Eintopf war auch weg. Du kannst die Priorität verändern und du kannst ihnen einfach sagen, nö, darfst du nicht essen. So, genau. Getrocknet ist Fischfilet, da ist es doch. Und, oh, wir haben schon eins eingelagert, super. Die machen das. Ah, hab ich auch nur durch Zufall gesehen. So, und Kohl? Ja, soll ich? Ja, ja gut, ich hab ein bisschen was mehr schon, genau. Ne, äh, das rohe Fleisch wäre schlecht, ne. Genau, aber die wird den Kohl natürlich bevorzugen, weil das rohe Fleisch ist ja auch nicht wirklich... Aber, äh, klar. Sollte man machen. Das ist, ja, das ist wichtig. Ja, Kohl. Kohl ist eh so eine Sache hier. So. Dünger. Ja, Dünger ist gut, aber Dung... Oh Gott, ne, ich glaub, wir müssen... Die sind zu langsam. Ich mach den Dung jetzt selber. Weil ich muss unbedingt die, äh, Technologie-Punkte von 1500 kriegen. Dass ich die Gemüsesuppe machen kann. So, sobald ich den, ähm, Dings hab. Den, wie heißt der? Die rote Beete. Hallo. Ach stimmt, die kann ja nichts mehr machen. Ist ja klar. Ähm. Äh, Dünger. Ja, können wir eine Menge machen. Und... Weil ich hab ja Schweine. Und Schweine, das lohnt sich extrem. So, gut. Jetzt noch mal ganz kurz gucken. Ah! Hab ich... Warte mal. Ne, Fähigkeiten. Das da. Was könnten wir denn noch machen? Äh, Dorfpfeife. Ruf, ruft ein Reit. Hier brauch ich nicht. Landwirtschafts... Äh, ähm... Ja, Ausdaufe ist nicht schlecht. Aber was haben wir denn noch? Wilde Jagd. Schneller reiten brauche ich im Moment nicht. Das reitet, ist egal. Von Plantagen? Nein. Nein. Was? Komm, machen wir einfach mal. Zack. So. Aber Technologie bin ich bei... Das kommt näher. Und ich hab jetzt schon wieder... Wie viel Dünger? Du fällst einen Baum und kriegst einen Kohl. Das hat was doch. So, was wollte ich gucken? Ähm... Genau. Quatsch. Dünger. Ja, das ist schon wieder sehr viel, ne? Das klappt. So, und sie? Ich komm, ich lass sie... Ich lass sie noch mehr Kohl setzen. Es ist ja bis zum nächsten Mal nur. Äh, Verwaltung... Ähm... Das da... Ähm... Sollen wir einfach noch... Ne, das machen wir nicht. Mal zurück. Das ist... Das muss ja sein. Das muss ja sein. Genau. Und da machen wir... Ähm... Können wir das alles? Ne, Kohl. Mhm.